So, jetzt nehm ich auf. Wir sind schon wieder drin, hier reingelaufen, einfach mal. Und jetzt kommt das letzte Zahnrad hier rein. Und jetzt wird in der Mitte des Sees was Tolles passieren. Und hier scheinen sie nichts zu tun. Was ist das bloß für ein Lärm? Hey, schau mal nach draußen, Kongs. Du wirst es nicht glauben. Kongs, mehr Zahl. Schau mal nach draußen, Kongs. Ja, das ist eine tolle Übersetzung bei Deutschen. Ja. Ich wollte jetzt hier gerade schon was Perverses dazu sagen, zu dem, was der gesagt hat, aber das mache ich nicht. So, was passiert jetzt? Oh. Der Vulkan. Oh mein Gott. Jetzt kommt noch ne Welt. Es bildet sich eine Brücke aus. Scheiße. Na, dann geh mal in. Knautilus. Geh mal in den Knautilus. Da haben wir eine wieder. Ich bin stinksauer. Ihr seid für den Untergang. Meine supergeheime U-Boats verantwortlich. Vor allem ist es aufgestiegen, nicht untergegangen. Ihr habt zum letzten Mal meine Pläne durchgereizt. Jetzt geht's richtig los. Jawohl. Ui, ich habe aber Angst. Wer sagt das? Dixie, oder? Spottet nicht. Nehmt dies, ihr frechen Affen. Kann nur Dixie sein, weil ich glaube, Kitty kann noch nicht reden. Und jetzt? Äh. Oh, was ist das denn? Du wurdest von hinten beschossen. So, guck mal, was ich hier hab. Das hab ich nicht gesagt. Da oben rein! Jawohl. Ach, das musst du uns treffen. Ah, rechtzeitig, sodass es ihn am Rücken wieder trifft. Okay, jetzt ist es zu spät gewesen. Okay, das geht immer, die Phase. Ja, die erste, der erste Treffer, der geht. Genau. Und rein. Vielleicht müssen wir ihn ja auch nur einmal treffen. Huch! Hoppla! Hi. Sportsfreund. Hat er, hat er, hat er Hallo gesagt. Der Kollege. Der Let's Play-Kollege. Hm. Mr. Kongman. Nein! Mensch, du machst das ja fantastisch. Ich hab eigentlich gar keinen Bock jetzt auf den Boss. Äh, wenn der, je besser du ihn spielst, wieder so lange dauert, wie... Oh, nee. Der dauert ja jetzt dann wieder so lange, wie in... Weiß man nicht. Aber dann haben wir es endlich. Dann haben wir die Donkey Kong-Reihe. So, jetzt kommt er hierher. Wie soll ich denn das jetzt? Kann ich da hoch? Achso. Ja, dann. Will ich. Kann ich da hoch? Achso. Da kommt er mir grad ein bisschen dumm vor. Ja. Das ist fast so dumm. Oder auch, ich geb dir ein paar, ich geb dir ein paar Gratis-Treffer. Ja, oder in DKT 2 hier, ich stell mich, äh, hin... Hier, stellt euch mal hinter mich. Genau. Ich beweg mich nicht vor dem Fleck. Also, mach hier rüber und dann werfe ich. Jetzt komm zurück. Und ab geht er. Ab geht er oder ab geht er? Zu spät. Natürlich. Ich frag mich, wann das untere kommt. Da kommt dann bestimmt so eine scheiß Plattform wieder, weißt du? Auf der man dann wieder rumfahren darf. So, jetzt fahr zurück. Nee, aber bis jetzt, wenn das so bleibt von den Phasen, dann kriegt man das... Das ist anders, dann wird es sicherlich. Ach, Alter. Es wird alles anders in dieser Welt. Und die Oma, die kaufen sich Geld. Nicht, und Nico. Ja. Nicht jetzt wieder deppelhaftig. Das kannst du nachher noch genug sein. Oma, die kaufen sich Geld. Ach, man, wie so treff ich denn das. Das kann ich nachher machen, wenn wir nicht mehr teelen. Wenn ich dann im Bett lieg und nichts zu machen. Dann kannst du so deppelhaftig sein, wie du willst. Ja, nicht zu laut, sonst die Nachbarn. Ja. Nicht zu laut, deppelhaftig. Sag mal ernsthaft, wieso treff ich ihn jetzt nicht mehr? Das weiß ich auch nicht. Eigentlich, äh, ja, das ist doch eh viel zu spät. Du musst es schon machen, wenn der noch kommt, ja. Ja, ich weiß schon. Wenn er noch am kommen ist, wenn er noch... Nee, das sag ich jetzt auch nicht. Du hast es schon gesagt. Ja, aber ich hab's auch nicht... Jetzt haben es manche bestimmt noch nicht verstanden. Der ist ihm voll auf den Kopf gefallen, Mann. Ich wette, es haben manche trotzdem nicht verstanden. Manche verstehen Beideutigkeit nicht. Das ist auch besser so. Ja, wie gesagt, es ist immer noch besser, als wenn man es dann doch noch sagt. So. Ach, jetzt geht's gleich weiter. Nee, aber, ähm, schön, dass du das hier alleine hinbekommst. Also bis jetzt ist es ja echt noch... Ja, schön, dass du da bist. Bis jetzt ist es ja noch machbar, ne? Also bis jetzt, das kann ich jetzt auch noch ganz oft sagen, wie es bis jetzt ist. Guck mal, da hat er wieder... Jetzt bewegt sich das Ding. Hier so ein bisschen. Der hat auf der Fernbedienung gedrückt. Ah, das ist geil. Es bewegt sich. Es dreht sich und bewegt sich die Welt. Oh. Was? Wie geht das denn? So, viel Spaß. Was muss ich jetzt machen? Ach so. Hochwerfen. Wenn er direkt runter... Ja, genau, so ist gut. Ja, super. Jetzt kommt er. Leicht. Jetzt springst du rüber. Ja, ist ja egal, ist ja egal. Das ist die beste Phase. Absolut. Die gefällt mir. Ich verstehe die Phase vor allem nicht. Wieso? Manche kommen nicht drauf, sich hier rechts drauf zu stellen. Aber getroffen werden kann man hier eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ich schaff's dann bestimmt gleich, aber... Nee, das ist ja egal, wie oft ich den jetzt nicht treff. Ja, außer er packt irgendwann die ultimative Waffe aus, wenn du ihn nach fünf Runden nicht getroffen hast. Sag mal. Wie treff... Wirfst du das mit nach oben oder nur so? Na, halt direkt, wenn er weg geht. Du wirfst halt viel zu spät. Aber okay, er fährt halt tatsächlich so lang entlang, bis du ihn getroffen hast. Ja. Sag mal, das gibt's doch jetzt nicht. Stell dich einfach einmal rum und dann wirfst du, wenn er weg geht. Ja, der merkt halt, das ist die ultimative Phase für ihn, weil ich ihn nie treffe. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, okay. Danke. Das hab ich jetzt auch nicht kapiert, warum du ihn jetzt vorhin nicht getroffen hast, das so. War komisch. So, und jetzt. Jawohl. So, jetzt kommt der nächste Part. Was macht der? Nix. Ja, im Prinzip dasselbe. Oh, toll. Das musst du noch zweimal machen und dann fängt's an, dass diese Plattform sich zu bewegen. Und dann kommt er so komisch nach vorne und... Ja, weiß ich nicht, wie's dann geht. No, was war das denn? Das war voll... Ja, das dachte ich mir vorhin bei mir auch ständig. Ja, war leider zu spät. Das war leider... Überhaupt nicht zu spät. Die Feuerkugeln sind auch total sinnvoll, weil man einfach hier stehen kann. Stimmt. Die treffen dich in der Mitte nicht. Ja, irgendwie komisch. Beim zweiten Mal trifft man nicht so gut. Ich weiß nicht, warum. Das ist generell total der Scheiß, aber man kann ja vier schlechten Treffer kassieren, deswegen ist es egal. Du kannst ja echt stehen bleiben, das hab ich nicht gewusst. Das war nix. Das Ding schießt immer an die gleiche Stelle. Das war auch nix. Sag mal, warum zieht der die Scheiße nicht da rein in sich? Jetzt hättest du's getroffen. Ja. Verdammt, jetzt sind wir wieder alleine, wenn dieses Scheiß-Elektro-Ding kommt. Und ich weiß doch nicht, wie das geht. Okay. Bin ich auch schon deppelhaftig hier. Das ist schlimm. Das färbt ab. Komm zusammen. Nein. Ich glaub, es geht los. Das wär doch episch. So, jetzt bewegt sich das. Okay, jetzt kann ich nicht hier einfach stehen bleiben. Toll, das macht's auch nicht viel schwieriger. Viel schwieriger nicht, aber ein bisschen. Im Vergleich zu dem Endboss der normalen letzten Welt war's dann leicht. Okay, und jetzt kommt er vor. Jetzt kommt er vor. So, und wie? Ja, äh, ach, Mann! Hä? Kann man sich da drunter durchducken? Ich hab das nicht. Och, müssen wir jetzt wirklich das nochmal alles... Das alles nochmal, einfach rein in den Boss. Nee, nicht einfach rein in den Boss. Natürlich einfach rein in den Boss. Bis gleich. So, yo, Aufnahme läuft. Wir müssen nachher nochmal speichern gehen und uns das merken, weil gerade sind wir nicht speichern gegangen. So, was war das denn? Och, das war der Affe. Hihihihihi, ich mach hier Gymnastik. Boom, boom, Dehnübungen. Hat man übrigens Zeit für die Dehnübungen. Hat man eigentlich ja nicht. Gut. Jetzt kommt er vor. Oh! Wozu sag ich's überhaupt? Ja, nein, du sagst es zu spät für mich. So. Du musstest mir schon zehn Minuten vorher sagen, damit... Ja. Vor zehn Minuten hast du's gesagt, aber egal. Hm. Ja, der Part ist jetzt auch... Wow. Das hätt ich ohne dich aber allerdings nicht gesehen, also... Dann wärst du immer wild rumgelaufen, oder was? Ja, was war das denn? Auf sowas Einfaches komm ich dann wieder nicht. Ja, das ist aber auch egal, weil du stirbst so oder so nicht. Dabei. Bei der Phase. Das stimmt wohl. Wobei du ja vorne immer getroffen wurdest. Ja, aber das wäre... Aber das Gleiche gedacht. Wenn ich mich da konzentriert hätte, wäre ich auch nicht gestorben. So, jetzt kommt das hier und... Jetzt macht er das, weil sich das so bewegt und dann ist das geil. Und dann kommt jetzt das komische Elektro-Kack-Dreck-Ding. Was ich nicht verstehe. Ja, dann duck dich einmal. Mal sehen, ob das geht. Ich nehme jetzt erst mal das Fass und gucke jetzt, wo das herkommt. Und da, wo es rauskommt, da renne ich weg. Hier kommt es raus. Geht das hier jetzt irgendwie... Duck dich! Ach, ducken! Da kann man sich 100 Protonen da durchducken. Ja, man kann sich ducken, natürlich. Geh speichern. So, speichern. Genau. Safe in der Speicherhöhle kann man speichern. Oh je. Speichern. Du, ich frag mich gerade. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Geh mal... Geh mal zu Funky. Wieso? Geh mal bitte zu Funky. Wo ist der in einer anderen Welt? Na, der, der das Boot baut. Ach so. Warum? Wir haben doch jetzt 40 Donkey Kong-Münzen. Was hat er gesagt? Geh nochmal zurück. Das muss lesen. Wahrscheinlich fehlt genau ein und die kriegen wahrscheinlich beim letzten Boss. Dir fehlen immer noch einen. Ja, okay, 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 alles klar. Gut, gut, dann hat er das erledigt. Wir sehen uns. Sonst hätte ich nämlich gedacht, vielleicht gibt's ja einen, äh... 40. Es waren nur 40 Level in diesem Spiel. Ja, natürlich. Nicht mehr? Nein. Level. Voll. Wo gehst du hin? Wir haben doch... Das waren doch mindestens 60 Level. Natürlich. Ne, jetzt ernsthaft. Geh rein. So wenig. Wenig. Das ist ja nicht mal die Hälfte von SMW. Ja, die dauern hier ja auch viel länger als in SMW. Stimmt. Nicht, wenn du in SMW schlecht spielst, du dir nur gut. Oh! Ja, dann nicht. Willst du das fast nicht nehmen? Okay. Ja. So schlecht. Demnächst mit Sprung. Jawohl. Oh, schade. Na ja, dann das nächste Mal. Jetzt? Oh. Guck mal, ich kann auch hier stehen und Gymnastik machen. Aber mit dem Fass in der Hand geht das leider nicht. Dann stehe ich mich halt auch hier, ja. Genau. Jupp. Das müsste... Voll auf die Birne, aber das... Scheiß Katzenvieh, ey. Tut ihm nicht weh. Das scheiß Katzenvieh. Okay, und jetzt geh weg. Ich dachte schon, du bleibst wieder stehen, aber... Ja, ich hab nicht dran gedacht, dass er kommt. Das war nur, weil du es gesagt hast. Diesmal hat es doch geholfen, siehste. Ja, ich sag's lieber immer. Jetzt ist er voll angepisst, Mr. Kong. Doch, jetzt kannst du wieder stehen bleiben. Du bist Mr. Kong, bist Mr. Kong, bist Mr. Kong, bist Mr. Kong, bist Mr. Kong. Angepisst, bist Mr. Kong. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh, bist Mr. Kong, 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 bist Mr. Kong. Also so würde ich das an deiner Stelle nicht schaffen, wenn ich da ständig so einen Blödsinn erzählen würde dabei. Ich mein's ja nicht, wie es dir geht, aber... Bist Mr. Kong, bist Mr. Kong, bist Mr. Kong. Ich würde das selbst total wahnsinnig machen, wenn ich das machen würde. Natürlich macht mich das wahnsinnig, was glaubst du denn? Ja, aber wenn du willst, dass wir schnell durchkommen, dann, äh... Stimmt. Nee, es macht mich, also es macht mich selbst nicht wahnsinnig, also ich spiel damit genauso, wie wenn ich das nicht mache, aber es nervt, ja. Ich finde, du spielst besser, wenn du es nicht machst. Echt? Ja. Das kann auch Zufall sein. Es wirkt vor allem besser, allein schon, weil es automatisch komisch wirkt, wenn du dabei... ...machst. Nein, das mach ich nicht, aber egal. Ja, das war jetzt halt meine Variante. So, super. Oh, schade. Oh, was war das denn? So, jetzt, aber pass auf, pass auf. Jetzt musst du noch mal warten. Jetzt! War doch klar. Ich möchte nicht da kommen, dass wir... Nein! Nein, warte doch! Oh, oh, oh. Kommt noch eins, ja, da. So, jetzt, 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 jetzt! 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 Sagst du doch. Nein! Na, warte doch! Oh Gott! Was denn? Ich dachte, du rennst jetzt voll ins Elektroding rein. Was denn? Guck mal. So, jetzt. Ja, jetzt mach, wenn er zurückkommt. Was? Was war das denn? Na, wenn er zurückkommt halt. So, jetzt, pass auf, jetzt. Äh, yeah! Ja. So, das behalte ich in so der Hand und dann mach ich. Und dann wird das so episch. Pass auf, wie episch das jetzt wird. Und dann haben wir ihn wahrscheinlich hoffentlich auch gleich. Jetzt! Nein! Nein! Yeah! Das geht mir auch mal. Irgendwann sterbe ich noch hier bei der Phase. Irgendwann, ja. Weil es mich irgendwann dann langweilt und ich denke, ich kann alles. Mensch. Du hast ein Timing, das, äh... Ich hab eigentlich gutes Timing. Super. Timing bin ich eigentlich nicht gut. So, jetzt, nicht das Fass nehmen, nicht das Fass nehmen und ducken. Wenn du das Fass hast, kannst du dich nicht ducken. Egal. So. So kann man's auch machen und dann... Kommt das jetzt nochmal? Ach, kacke. Achso, und jetzt da oben. Bitte mach's. Nicht, dass nochmal die Phase kommt. Wir wissen nicht, was man... Man kann sich nicht ducken. What the fuck soll man hier machen? Kannst du das Fass gegen die Dinger werfen vielleicht? Das kann sein, ja. Aber ducken hat sich damit erledigt. Nicht da hoch. Alter. Ich dachte jetzt schon, du bleibst gleich oben stehen. Oma benutzt die Elektrofähigkeit, Elektrofähigkeit, Elektrofähigkeit. So, geh weg da. Meine Oma benutzt die Elektrofähigkeit, Elektrofähigkeit. Ach, Miko. Du kriegst das nicht hin, einfach mal die Klappe zu halten. Doch, doch. Also du musst ja nicht die Klappe halten, aber... Doch, ich... Ich mach's so wie beim letzten Boss, ich sag jetzt einfach nichts mehr. Na, das sollst du ja auch nicht. Doch. Dann hab ich wieder ein schlechtes Gewissen. Ja. Na gut, obwohl eigentlich ist er schön ruhig. So. Gut. Zweimal noch. Und dann... Ah, wie soll man diesem Elektrostrahl? Vielleicht kann man da wirklich das Fass dann draufwerfen. Gut. Anders kann ich's mir schon nicht mehr vorstellen. Komisches Zeug. Gut. Jetzt kommt's. Das kommt hier raus. Das kommt immer da raus, wo du bist. Na, das sieht aber auch nicht so aus, wie wenn man das könnte. Ach, Kuh. Fuh. Kuh. Ach, Mann. Wie hoch muss ich das... Scheiße. Muss man da vielleicht einen Affen verlieren, oder... Pff. Ich versteh das nicht. Ich versteh das beim besten Willen nicht. Ja, das gibt wieder eine halbe Stunde Boss-Part. Oder länger. Wir sind schon bei 20 Minuten. Kacke. Das will ich doch aber nicht. Mist. Ach so. Ja, gut. Dann machen wir's jetzt wieder so, dass wir uns wiedersehen, weil wir in der Phase sind. Bis gleich. So, an der Stelle starte ich die Aufnahme, weil wir sind wieder hier. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht kann man ihn ja auch so schon treffen. Kacke. Ja, was? Ja, was? Wie soll das denn gehen? Hä? Ich raff das nicht. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir in der Phase sind. Dann müsst ihr jetzt wenigstens nicht mehr lange und so warten, bis wir da sind, immer. Hätte mir eher einfallen müssen. Scheiße. Naja. Bis gleich. Muss ich mal starten. Hilfe. Das ist immer schon wieder. Was du mal probieren kannst, wäre... Nein, geh da nicht hin. Jetzt wirf mal auf der Würfe... Genau. Ne, okay. Das ist es auch nicht. Ich wollte sagen, dass wir... Na gut, jetzt treffen und dann haben wir's vielleicht. Das wäre leicht episch, aber ich habe irgendwie den Eindruck. Du triffst den nicht, verdammt. Was ist denn das? Ja, Kacke. Ach, leck mich doch. Hä? Ne, wisst ihr was? Ich gucke jetzt nach, wie das geht, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Ansatz. Ich habe... Keine Ahnung. Egal. Ich gucke kurz nach, wie das geht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Aufnahme läuft wieder. Ihr habt den Nico gerade knurren gehört. Denn... Wie ist die Lösung? Man muss das Stahlfass stehen lassen in der Mitte und dann werden diese Elektroden damit abgefangen. Das hat natürlich nicht den selben Effekt, wie wenn wir das Stahlfass dagegen werfen, was wir tausendmal gemacht haben. Nein, natürlich nicht. Ich muss nochmal kurz mir liegen, weil mir startet gerade ein Video. Ja, ja, wir sehen uns auch wieder an der Stelle. Ich musste das nur kurz sagen. Und du zeigst übrigens gerade wieder ganz lange deinen tollen Text. Oh. Also, das schneidest du natürlich rau. Ja. Naja, wenn wir das Stahlfass stehen lassen, würde ich sagen. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja. Bis dann. So, jetzt läuft die Aufnahme wieder. Also, wir gucken, wir stellen uns hier hin, dann kommt das von hier, das Elektrozeug. Und jetzt gehen wir hier rüber und... Toll! Hey, Pösch, guck mal, du hast dich so getroffen, das ist ja geil. Kommst nochmal, bitte. Oh, du bist so ein... Ich hab nicht nachgedacht. Bis gleich. Oh, die Aufnahme läuft wieder, da Nico hat sich gerade wieder verabschiedet. Äh, ich, äh, weil ich, äh, bin schlecht. Und ich bin jetzt einfach diesmal nicht so blöd und wenn nochmal ein Fass auftaucht, nehme ich es nicht direkt wieder. Ich dachte halt, ich kann den gleich nochmal treffen, weißt du? Oh. Das ist so ein Thema, wenn nicht noch ein Fass auftaucht. Na, ich hab mich ja nicht getroffen. Ich hatte jetzt eigentlich ein bisschen mehr Zeit vermutet. Na ja, bis gleich. Du hättest ja einfach nur nicht sterben, das hast du es gemacht. Nicht da drauf. Okay, das haben wir nochmal kurz auf dem Video, weil es schön ist. Bis gleich. Du musst wieder starten. Wo du so ein... Egal. Reden wir nachher weiter. So, kommt das jetzt von hier? Ja. Gut. Und jetzt gleich drauf. Und wenn ich es nicht treffe, dann warte ich. Okay, und jetzt... Jetzt schön warte. Nächste. Kommt das jetzt von hier? Oh, es kam von hier. Nee, es kam von links. Okay, dann gleich nochmal. Okay. So, jetzt nichts nehmen, wenn jetzt was kommt. Jetzt keine Ahnung, was jetzt passiert. Oh, puh. Uh, das ist mies. Das ist fies, ja. Und du darfst nicht rennen, weil dann nimmst du das Fass mit. Ja, du kannst es ja wieder abstellen, aber... Ja. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich nehme an, das ist dann die letzte Phase, wenn es sich bewegt noch. Geh nicht da hoch schon wieder. Tschüss. Aufnahme läuft. Ah, nicht das Fass nehmen. So, dann steh ich mich hier hin und pass auf und lauf hier weg. Uah, jetzt kommt es von hier. Okay. Einmal Fass für dich. Es kommt von hinten. Von hier, habe ich gesagt. Es will zum Affen. Nein, 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 nein. Es will zum Affen. Und nochmal. Es kommt von hinten. Geh weg. Und hoch. Kacke. Okay, warten. Jetzt kommt es von hier, ne? Nee, von hier, okay. Du wartest auf Ostern. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt bewegt es sich wieder. Wo, wo, von wo kommt es? Von wo kommt es? Ich bleibe einfach beim Fass und dann, okay, von hier. Gut. Und treffen. Treffen, 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 treffen. Yes. Und jetzt noch einmal. Und jetzt noch einmal. Wo ist das Fass? Okay, und von hier. Das war leicht. Und treffen. Einmal warte ich und... Ach, kacke. Ich lasse es lieber. Oh. Nein. Nein. Wieso rollt es so lang hin und her? Mist. Bis gleich. Oh, läuft wieder. Yay. Guck ich kurz. Müsste jetzt von hier kommen. So, wir haben gewechselt. Und jetzt bist du nämlich hier. Und ich bin noch dabei. Und das ist gut. Stimmt, du bist ja noch dabei. Und das ist gut. Deswegen habe ich ja zu dir gewechselt. Weil du hast am Anfang ja immer verkackt. Und ich nicht. Ja. Und du verkackst jetzt... Also ich verkack jetzt das dann vielleicht nicht, wenn du stirbst. Das wäre cool. Was ja hoffentlich wieder recht spät ist. Und dann... So, jetzt bleibe ich beim Fass und... Okay, super. Weil wir haben jetzt noch den einen Treffer und... Kacke. Siehst du, so. Und jetzt muss ich das machen. Und jetzt fail ich wahrscheinlich. Das war schlecht. Nimm es nicht. Genau. Geh nach links. Super. Jetzt nimm es und jetzt versuch es zu treffen. Und jetzt rollst du hin und her. Stell es ab. Genau. Super. Super. Und jetzt musst du einfach versuchen zu treffen. Es ist aber mit Dixie schwerer zu treffen. Das ist das Problem. Weil die wirft gerade hoch und die Kitty wirft besser. Ja. Siehste? Die hat eine wesentlich blödere Kurve. Sehr gut. Aber es geht natürlich auch schon mit ihr. So, da stehen. Genau. Ich bin eine Frau. Okay, eher ein Wegchen. Vorsicht. Okay, super. Boah, du kannst das gut. Also die zweite Runde würdest du dann auch schaffen. Du müsstest ihn nur treffen. Das hier unten machst du super. Das ist ja auch nicht schwer. Nein. Woher kommt es denn? Noch gar nicht. Jetzt. So, jetzt. Das regt mich gerade auf, dass ich es da nicht... Oh. Schade. Bis gleich. Ich muss mich... Okay, Aufnahme läuft wieder. Ach, du nimmst doch nicht auf. Ich konnte so schnell nicht reagieren, weil du... So, jetzt stelle ich mich hier... Jetzt stelle ich mich hier hin. Genau, das ist gut. Genau, genau. So, super. Ich muss es jetzt immer beeinflussen, sonst... Äh... Ja! Äh, das musst du noch näher an ihm dran machen. Jetzt lass es stehen. Genau. Okay, das ist doch krass. Oh. Fuck. So, jetzt stelle ich mich nach hier. Genau, genau. Bis ich es da sehe. Okay. Ich stelle mich immer da in den Mund. Jetzt warte einfach, bis er unter dir ist. Und dann hüpfst du einmal kurz hoch und dann... Ja. Ja, so geht es nicht. Jetzt warte. So, ich stelle mich nach hier. Jetzt kann mir nichts passieren. Richtig. Oh, es kam von der anderen Seite. Ja, das ist ja dann egal. Wenn es von der anderen Seite kommt, passiert eh nichts. Und wenn es von der Seite kommt, dann sehe ich es. Naja, schon klar. Das Problem ist ja nur, wenn es, äh... Wenn es sich bewegt. So, jetzt warte in der Mitte und... Genau. Oh, das war es fast. Was? Das war es fast. Sag mal. Das war es auch fast. Weißt du was? Ich habe noch eine Idee. Du spielst doch zuerst. Und ich, aber... Ich spiele, äh... Bleiben doch die da stehen. Und du spielst, äh... Dixi. Das kann man dann auch nochmal... Komm, jetzt hast du getroffen. Ja, aber das dauert jetzt 100 Jahre, bis ich den hab, wenn das so weitergeht hier. Ja, wir können auch wechseln, wenn du willst. Nein. Das bringt ja jetzt auch nichts. Ich habe da eine Idee, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Dann wechseln wir die Spieler und du fängst an. Okay. Dann müsste es klappen. Gut, dann, äh... Fang ich an und man... Ja. Bis gleich. So, Aufnahme läuft wieder. Wir haben also die neue Taktik. Ich bin Dixi. Und werde es als diese jetzt hier auch wieder verkacken. Genau. Und wenn du es verschweißt, dann kann ich immer noch das dann machen und der wirft besser. Ach, du triffst ihn ja trotzdem. Oh, dann hab ich einfach... Das war also gar nicht schwer. Dann bin ich einfach nur schlecht mit dem Werfen. Oh Mann, scheiße, Fail. Dann hat sich gar nichts geändert. Vielleicht war es jetzt auch Zufall. Vielleicht war es jetzt auch Zufall. Keine Ahnung. Kann auch sein. Es ist auf jeden Fall schwerer mit Dixi. Aber es ist jetzt egal, weil wenn du jetzt stirbst, dann ist es wirklich egal, weil... Egal ist es nicht. Es ist ein Affe weniger. Ja, nicht egal, aber... ... zur Verfügung. Das ist dann doof. Wenn das wirklich die letzten Phasen sind, dann schaffe ich es dann nicht. Alter, wieso wirft sie denn jetzt nicht hoch? Ich drück doch nach oben. Und wenn ich es dann immer noch nicht schaffe, dann schaffe ich es beim Versuch danach. Also das ist dann nichts langfristiges mehr. Wirf jetzt nach oben, verdammt. Blödes Vieh. Aber so ist es ja jetzt erstmal gut. Ja, das stimmt. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Ich meine, wir haben noch beide. Das habe ich jetzt getroffen. Nee, anscheinend nicht. Das war nur die Musik, ne? Das weiß ich nicht. Ich hör die Musik nicht. Gut, jetzt. Jetzt bewegt es sich. Das ist auch nicht schwer. Zu treffen ist es jetzt schwer, vermute ich mal. Ach, kacke. So, wo kommt es her? Wo kommt es her? Scheiße wäre es, wenn du jetzt nicht stirbst, dann hast du den Boss ja alleine geschafft. Wie schlimm. Ja. Fuck. So, jetzt. Wo kommt es her? Ach, war denn da? Nein. Bis gleich. Aufnahme, starten, kacke. Das war knapp. Ah, nicht springen. Hast du aufgenommen? Ja, ja. Ich nehme jetzt auf. Ja, gut. Ich habe nur gefällt vorher. Genau, so kann dir gar nichts passieren. Außer, dass du wie ich gerade gegen den Vieh... Ja, aber das liegt halt daran, weil sich hier alles bewegt dann da unten auch. Und das ist dann halt schon assi. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es... Eigentlich ist es machbar. Fuck. Hinstellen. Samma. Was war das denn schon wieder? Das ist weggerollt. Eigentlich kann man hier gar nicht sterben. Warum sterben wir immer? Ich weiß es doch. Ja, toll. So. Das ist fast nicht aufgetaucht. Das konntest du nicht... Das äh... Stell es ab. Nein. Ah. Okay. Oh, bin ich doof. Das... Ich muss doch hochspringen. So. Rechts erfangen. Nicht dahinten. Nee, nee. Nicht... Nicht... Wenn du dahinten... Wenn du dahinten bist, dann kriegst du nicht mehr. Nicht blöd hochspringen. Vor allem nicht aus der Situation. So, dass ich wieder dagegen springe. So, jetzt warte und... Ja, genau. Zum Beispiel. So. So, das ist aber eigentlich auch nicht viel anders hier. Ich meine... Ich stelle mich jetzt trotzdem so links. Marsch. Bis gleich. Das macht übrigens total viel Spaß gerade. So, es geht hier wieder weiter. Mit ganz viel Logik und Sinn und Verstand. Okay. Mehr Glück als Verstand. Ja, was war das denn? Jetzt hat es gelaggt. Okay, mehr Fail als Verstand bei Glück. Ja, schön. So, wo kommt es her? Von hier. Okay. Ich lege jetzt übrigens da. Also stört man nicht. Ich lege jetzt übrigens da, ey. Nein! Stell dich ab. Oh, gerade noch. Ich lege jetzt da. Deswegen stirbst du jetzt auch nicht, weißt du? Und dann ist alles gut. Alter. Du hast das Fussverstehen gelassen. Was? Was geht mit dir schon wieder? Nein! Stell es ab. Wo kommst du her? Okay. Und jetzt. Stirb doch. BAM! Kacke. Gut, aber so ist ja in Ordnung. Da stell dich richtig in Position, genau. Und bei den Bewegenden ist doch eigentlich nichts anderes. Wir müssen uns halt richtig in Position stellen. Nein, so nicht. Das ist doch gefährlich. Wenn es von der anderen Seite kommt. Ach so, du meinst, wenn es von der anderen Seite kommt, habe ich gefehlt. Du musst dich. Ja. Du musst dich. Stimmt. Nehmen ist fast schon ein bisschen entfernt, sodass es, wenn es von hinten kommt, dich nicht mehr trifft. Toll. Jetzt hat es wieder zu lange gedauert. Das ist dann natürlich shit, wenn das am Ende nochmal passiert. Das ist blöd. So, jetzt muss ich mich so hinstellen und jetzt kann mir nichts passieren. Außer das trifft mich dann, aber das sehe ich ja. Das stimmt. Nein! Oh, voll... Bis gleich. Aufnahme läuft. Ne? Das klingt nicht nur so. Na, egal. Ja. So. Äh. Ja. Mach den Boss mal. Genau, ich mach den. Sonst muss ich den dann auch noch machen. Richtig. So, Nummer 1. Verdammt. Abstellen. Es ist ein Boss! Nein, ich wusste, es kommt nur hier. Alter, das war knapp. Es ist ein Boss. Boss. Kacke. Kacke. Von hier. Es ist like a Boss. Wieder nichts. Boss. Boss. B-b-b-b-b-boss. Es ist like a Boss. Nico, bitte. Lass mich mich doch konzentrieren. Ich krieg sonst die Krise hier. Bei der Kacke. Krise, 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 Krise Apfel. War klar, dass es von dir kommt. Krise Apfel. Krise Apfel. Ja. So. Jetzt haben wir noch beide und es kommt die Phase. Genau, genau, genau. So. Und jetzt Treffen. Treffen, 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 treffen. Fuck, 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 jetzt bleibt das Fass. Okay. Fass ist wieder da. So, genau, richtig, richtig, richtig. Gut. Und jetzt? Ja, nein. Oh, 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 oh. Boah, das war knapp. Ne, ich stelle es wieder ab. Das war jetzt ein Hüchel, das war jetzt ein Hüchel. Das war ja so klar, das... Ja, toll. Jetzt kommt das von hier. So, jetzt bin ich. Oh Gott, yes. Und jetzt der letzte, hoffentlich der letzte. Und zack. Komm schon, das war es jetzt. Komm schon. Yes. Und ich habe den Boss gespielt. Und er hat gar nicht gemerkt, dass wir die Steuerung auf ihn gestellt haben, weil ich keinen Bock mehr hatte. Okay. Wir haben King of Rue besucht. Die, 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 die. Habe ich aufgenommen? Ja. Du liest lieber vor. Ja, ich habe keine Lust mehr zu lesen. Das kann jeder selbst lesen. So, wir gehen speichern. Und jetzt können wir mit der letzten... Können wir zu Funky Kong, das machen wir aber im nächsten Video. Und dann auch im letzten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Ciao. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Vielen Dank.